Hallo Toto, hallo Toto, HALLO! Jetzt schwankt meine Kamera um deinen Kopf herum. So, jetzt geht's weiter hier bei... Ich will endlich suchten. Nee, du willst nicht... Ich will ge-ge-ge... Suchten. Gameboy suchten, ja, ja. Nein, 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 ein neues Projekt dann so. Ach, du GTA 4 meinst du, ne? Also GTA 4 könnten wir auch Together machen. Hast du hier nicht mehr. Könnt ich mir besorgen. Ja, ich hab's nur für PS3 und Fabio. Mein Bruder müsste das besitzen, also könnte ich ihm das ohne Problem besorgen. Ja, hast du eine PS3? Nein. Äh, wir reden von, äh, Computer. Und was bringt das, wenn du das hättest und ich nicht? Ja, eben, wir haben's eben... Nee, aber für dich ist das auch kein Problem dir das zu kaufen. Für Toto oder auch nicht? Nee, ist es auch nicht. Ich will mir das ja kaufen. Hm, 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 hm. Hab's nur für PS3. Hm, 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 hm. Du weißt ganz genau was mit dem... GTA 5 hab ich ja schon vorbestimmt. Ja, das wird bestimmt eh nicht so toll werden. Das beste GTA war und ist vollkommen einfach... Wie heißt es? San Andreas. Ja, San Andreas. Ja, jetzt hast du... Na ja. Wer ist denn das? Ach, das ist Fabio. Hallo! Guckuck! Guck mal, wie lange unsere Schlange schon mit Bambus ist, ne? Ja, ja, die wollte ich jetzt gerade fahren. Das ist... Also am besten weitermachen dann noch, ne? Dann wird vielleicht einmal um die ganze Inbel kommen. Dann sieht da hinten Luis mit seiner komischen Bude, das ist das oft wie so'n Schutzwall. Aber da werden wir dann noch ne Brücke rüberbauen. Also wir haben jetzt vollständig noch Zeit. Das sind noch circa 24 Minuten. Wenn du willst, Fabio, kannst du ne Brücke rüberbauen. Warte, warte. Warte, warte. Ich hab mitten... Ich hab im Display gehustet! Nein! Nein! So, ich hab jetzt circa 35 Sticks Sand. Das wird reißen. Boah, ich liebe diese Musik, ne? Richard! Ich liebe für diese Musik. Toto, wo bist denn du eigentlich? Ich hab die ganze Zeit Sand gefahren. Okay. Ich, äh... Das kotze ich gleich ein Umstrichster. Okay. Ah, tu ver sinnvolles. Du kannst auch meinen Hausdruck hier dekorieren. Ja. Guck mal, Toto. Hallo, Toto! Hallo, Toto! Hallo, Toto! Hallo! Jetzt schwankt meine Kamera um deinen Kopf herum. Dann frisst du beierst schon wieder ne halbe Stunde. Wir können nicht so... Das... Ne... Ich brauche nicht für ne Pizza, aber brauche ich so. Ist das ne Pizza, brauche ich vielleicht 5 Minuten? Wir suchten fahren. Ja, ich denk du musst weg. Nö, 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 nö. Ach scheiß, fang ich schon fast anziehen. Es reicht nicht, dann halt, dann hier. Ja, also... Ich wollte nur unbedingt, dass wir endlich aufnehmen, weil wir voll lang... Ja, ich wollte das so aufnehmen. Ah, meine Freunde, meine Freunde ist aufgekommen. Sie hat kein Internet verboten, ne? Welche? Die Forster? Ja... Ja... Bitte sag den nicht, weil dann wissen die ja alle, wie die hier ist. Ja, den Wunder habe ich jetzt nicht gesagt. Ich kann aber auch mal... Die ist... Die arbeitet im Wald, ja. Die geht im Wald... Äh, nö. Scheiße! Wie soll ich denn hier jetzt... Oh, ey. Was hab ich hier nur eingelassen mit dem Dach, ey? So, Sand ist alles drin jetzt. Das ist mies mit dem Dach. Ja, schuf mich noch runter, du Sack. Was ist denn das so grad für ne Musik? Die kenn ich noch gar nicht. Ach, wir sind jetzt grad in der Mitte angekommen der Musik, okay. Every day am Schwabbelin. Was? Every day ein Schwabbelbauch? Am Schwabbelin. Schwabbelbauchen? Every day ein Schwab-Schwabbelin. Ja, du hast mich wieder fast runtergeschubst, ey. Hast du das Bambus schon gestürzt? Oder... Ach du, hilf mir mit. Oh, das war jetzt nett von dir. Das ist doch so lieb von dir, ne? Oh, super von dir. Nicht, nicht! Au! Er, Redstone-Burst-Bahn-Von-Geser. Das verstehe ich nicht. Mir geht's eigentlich Kuchen-Käse-Squabbel. Ist der überhaupt noch da? Ja, der ist da. Guck mal, das Sack hier wird verdammt schwer tot. Du kannst hier auch ein paar Treppen machen. Am besten noch aus dem Dschungelholz und mitmachen. Was ist der denn für ein Fehler? Was hat der denn gerufen? Das hab ich mir auch grad gedacht. Ich will auf Dach hoch, aber ich komm nicht hoch. Warte mal, Fabio, hier muss ich mal kurz überlegen. Und dann haben wir es keine... BP Sven 2, 3, 3, 4... Ne, ist's kein Problem. Ist kein... Ist kein Problem. Wir können das hier einfach 분들은........... Ach, was ist das? Oh mein Gott. Ah! Ach, du Arsch. Na komm! Ich wollte mit dir Essen in Screech spielen. Wir hätten ja mal von allen Dächern rüberrennen müssen. Du willst auch noch was Gegenmitglieder nehmen? Nein, ich doch nicht. Kommt hin. Alter, der hat mich gerade mit seiner Hand geschlagen. Meine Sachen. Hier, hallo. Sachen. Dankeschön. Gut, das kann man hier so gut anpassen. In der unsichtbaren Biss. Wischen, wo bin ich? Da, wo ich nicht bin. Hab ich mal weg, denn ich muss da bauen. Tusch. Ey, Vater, da bist du mit Absicht runtergefallen. Gib das zu. Alle, die wischen, sind schwul. Danke. Da, 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 da. Kommt mit, warte. Schild rolling roll. Das war gerade Fabio, du Posten. Ja, ja. Sicherheit. Wieso hast du hier für hässliche Bilder vor deiner Haustür kleben? Warum? Willst du auch welche? Nee. Sieht widerlich aus. Aus Spaß, ja. Oh guck mal, jetzt hast du ein Porno neben deiner Haustür. Ist da ein Porno im Texture Pack voran? Hat der Fabio da eigentlich wieder Bilder eingefügt von sich oder wie? Ne, von dir und Philipp. Mit Sahne auf dem Boden. Hast du dir die Idee schon mal vorgeschlagen mit Jolien, ob er das da mal machen will? Weiß ich nicht. Oder mit Angelique oder wie hieß der? Wie hieß die da nochmal? Wie hieß die? Zwischen. Ne, wie hieß denn die andere Weibe aus deiner komischen Klasse? Welche andere denn noch? Das ist doch eine andere in deiner Klasse oder nicht? Ich hab viele andere. Boah, das klingt so geil, gerade so mega imba-mäßig klingt das. Was deine Mutter ist. Wenn ihr jetzt die Musik haben wollt, die ich da jetzt gerade so hinter uns höre, ich denke mal, ich werde die in dem Video verlinken. Ey, schau mal bitte, du hast Porno neben deinen Haustüren. Das interessiert doch eh niemanden, ob du nur die Musik da verlinkst, oder nicht? Doch, die hört doch. Aber es sind zwei richtige Hard-Ponos. Die Musik ist geil. Deine Mama. Aber du kannst ja auch dein Kompliment verlinken da so. Kriegst du so zwei Aufrufe da so. Hallo, was geht denn jetzt? Was soll denn gehen? Oh! Jetzt klingt mein dummes Ziel davor schon wieder. Na, das geht nicht. Nee, mach ich gerade einen Fail. Nee, 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 ist okay. Warte mal, der eine oben muss weg. Genau, Fabio. Du machst das schon richtig. Der Fabio ist ja der Professor, was das angeht. Der wird so klein zu Julien und dann baut er auch so schöne Dächer wie ich. Bah! Hast du denn auch so lange Fingernägel? Die so aussehen wie von einer Hexe. Sag mal, ist es denn nun bald fertig, der Scheiß-Indo? Erinnerst du das mit TNPG nochmal, oder was? Ja, weil der Diem von Cinema für die 600 MB groß war. Oh, ja, jetzt ist der natürlich ungen hochgeladen. Oh, hi, na, wie geht's? Du musstest ja etwa einen 500 KWS-Upload haben, eigentlich, ne? Alle, 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 alle. Oh, der Tänker. Der Tänker. Komm, ein Ding muss noch gerendet werden. Oh, wir haben das da fast fertig, Leute. Was geht hier los? Oh, Mann! Jetzt muss er doch mal warten, bis wir eine Etage höher sind. Komm, ich will den Toto einsperren. Schnell, 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 komm. Rekordarbeit, Rekordarbeit. Hab ich irgendwo Dörten? Du hast keine Dörte dabei, ne? Sie sich immer gegenseitig totschlagen. Das ist... Ich hoffe, ich... Ich beschütze mein Einwischen, ja. Geh mal aus dem Weg, hier, du komischer Lappen. Ne, der Porto liegt doch hier. Ja, schlägst du mich... Ja, wo sind meine Sachen? Sind meine Sachen? Ich töte gerne, Leute. Na ja, Toto ist ja eben nicht fremd. Aber du weißt, wie es schon dauert. Da liegen sie. Hier liegen noch welche da. Ja, was stellt denn hier an? Oh, mein Rennderein ist fertig. Also, es ist gar nicht so einfach, jetzt hier noch ein Dach mit reinzubringen. Auch wenn das Dach jetzt ein bisschen merkwürdig aussieht. Hauptsache, es sieht von unten geil aus, ja? Oder? Shreddy. Oh, ich höre gerade Afrikaner-Mucke. Das ist Türken-Mucke. Oh, sieh das geil aus. Das Intro? Jetzt muss ich noch bei 11 Beats runterlegen. Ach, seid ihr wieder ein Template-Gold oder selber diesmal gewerkelt? Ich habe mir noch nie ein Tern-Hit geholt. Na toll! Außer bei meinem Kanal-Design. Nein, die Freiheit, das letzte Licht. Wer schlägt denn hier die ganze Zeit, Mann? Ja, ich nicht. Ich würde dich niemals verlaufen. Dieser dumme... Komm, hier, mach mal hinein. Soll ich mal Eiskanten-Greel spawnen? Nein, ist ja mein Haus. Papier, sind wir hier drüben noch? Boah, das ist ja... Ja, nee. Wir haben jetzt hier... Nee, noch. Ach, wir haben noch. Das sieht schon komisch aus bei Tote. Ah! Wo ist er denn jetzt hingestürzt? Jetzt eben stand er doch noch auf dem Dach. Hallo! Oh, wie ist das... Warte, ich muss mich mal von unten angucken. Oh! Das war jetzt immer das Stand-Mit-Gon. Ich hab mir so untergefallen. Doch, das sieht ganz imposant aus, ja? Ja, ja, das ist... Obwohl, das sieht ein bisschen merkwürdig aus, ne? Aber da fehlt noch ein Akzent. Den hier zum Beispiel habe ich noch direkt dabei. Nee, ich brauche einfach mal kurz hier ein bisschen Dreck davon ab. Ich brauche mich so hoch. Ja, da hat er da Pornos hingehangen, der komische Typ. Wo denn nur? Ja, von meiner Haustür. Oh! Der steht auf Pixelweiber. Jetzt klingt auch noch an, dass Pissen... Ich bin erschrocken, was geht jetzt noch? ... ... Was mit der Mucke mag ich immer, dann habe ich immer gute Laune. Die Musik klingt geil. Der Fabio ist nicht geil. Danke! Oder bist du geil? Ist der Fabio geil, Toto? Der abschült schwer, sag mal me, Jenna. Was wollen wir alles? Ist Fabio geil, Toto? Äh